Servus Leute und herzlich Willkommen zurück zu Bussimulator mit dabei ist der liebe Batix aus Batix. Servus Zeitakt, jetzt bin ich gespannt. Gefahrenrouten 8, 5 und 9. Was kriegst du 130? Boah die Buswartung jedes Mal. Ja. Oh ich habe ja meine Tüne auf. Oh, achso, das geht. Ja, dieses Rotteln, ich weiß nicht was da los ist. Verlass, es reicht noch. September grenzen Welche Rute Fährstuhr? Sehe ich vor brethren. Das muss man da mal ein paar Worte machen. Ja Ich will Routen. ja dann sagen wir mal fahre eine route mit hauptverkehrszeit am morgen und abend ja ich weiß nicht ob das gerade eine gute ist mit am morgen und abend sie vermuten mal tag und nacht fahrkarte bitte johann tageskarte gut einfach nicht so ein arschloch ein da so und kommen von uns und ja seine neue stellte gute war effizient so drei von vier hey Nikolaus kommt so fett ich es auch nicht in die Tür blockieren muss hier Prozent Schiebleine ab all der hieb und jetzt Schiebleine ab okay um doch die Zeit so nicht an okay besitze ein Bus mit Eastland Werbung das war doch gleiche Werbung ich muss ein Bus setzt mit einer neuen Werbung die wir anscheinend freigeschaltet haben besitze ja die haben wir vorhin freigeschalten ja ich hab's aber nicht gesehen weil dieser bei mir im Bildschirm nicht kommt fahrt das ist schätzt das einfachste oder auch nicht ich kann hier nicht mehr rein brauchen mach die Tür auf okay jetzt macht die Tür auf dann verstellbremse Werbung es ist erstaunlich wie Gold Island von unserem Busunternehmen profitiert offenbar fahren die Leute jetzt gern dorthin weil sie es können es sind so viele Menschen hier die sich an Gold Island erfreuen das hat mich inspiriert und ich habe eine Idee wir könnten auch Greenwood verbinden dort leben viele Menschen die auch Zugang zu kackt bei dem Arschkopf echt die sind alle nicht mehr ganz bei Droschi Arschlöcher echt fährt der mir hier mitten in Seite rein der Rixer und ich habe auch noch Vorfahrt hey dann fährt der mir hier um und macht Fahrerflucht ich glaube auch Digga es ist ein Bus mit Gold Island Werbung mach das jetzt mal oder das haben wir schon nein bei mir steht noch da ja das ist ein irgendwas spinnt das zeigt zwar mir auch angehen auf karte und jetzt als gefunden was gefunden ja da steht der ufer verbinden der greenwood was ist greenwood ja ich bin ja schon gerade dabei greenwood finde ich die greenwood feige schalten oder was ja ach da der ein bisschen weit weg oder ja so du machst gerade schon das erste oder ja okay wenn du fertig bist du sagst mir bescheid dann helfe ich dir zwischen kühlen und Grund Island ja warte mal so bis heute stelle mal noch up level also level erhöhen weil die hier irgendwas hängt gerade halt wirklich ah jetzt okay jetzt hat es bei mir ja okay so okay dann fangen wir gute erstellen fangen wir hier an fangen wir hier an hier an und keine ahnung oder scheiß gut englisch fangen wir hier an okay ähm das ach so war der ausgeglichene gute ach so verdammt verdammt das nochmal weg hab nicht auf ausgeglichen heute geachtet so das nochmal weg und da sieht es bei der ich aus jetzt ja ich bin doch gerade an einer route erstellen so ich jetzt mal zum markieren mal gucken was ist da dieses Island da ist hier da warte ich nämlich jetzt auf dich dann könnte ich dir nicht helfen ok ok so gute übernehmen ja wo sie schon da was gold island ist also ich habe jetzt eine route mal erstellt aber die würde hier selber fahren haha das ist diese insel aber ich meine für den werbungen jetzt hier ach so die sonne bei mir ist jetzt in der mitte deutsch ist drei werbungen von keiner eine ja ja bisschen klein die route oder ja der also ich helfe jetzt ich mache aber ist keine ausgewogenes durch helft jetzt von gold island ich weiß stadt bei gold island mache eine nach im greenwood ja muss ja auch keine ausgeglichene route machen so wie ich und ich habe ja noch san antonia mitnehmen müssen ne antenne keine ahnung nein alter boah link so also ich muss mal gucken ob wir demnächst mal einen neuen bus kaufen müssen für unsere ganze route wo wir jetzt haben wir haben über so so es könnte auch mal die erste denk kommen muss diese halbeste werden dann kommt sie kurz vor verspätung Das ist einfach 6, alle wieder nüchstest. Normal. Einfach. 2,80 gibt es zurück. Ich hab doch die Route mit Bedacht gewählt, so dass er nicht hundertmal im Kreis fahren muss. Kann man. Ich bin jetzt mal auf dem Weg in Richtung Gold Island. Okay. Mein Sohn und ich gehen am Sonntag in Sie und angeln. Willst du mitkommen? Also ich fahr grad auch auf die Autobahn Richtung Gold Island. So. Ja, Leute, ich hab mich schon gemacht. Ich geachte auch 100% auf Verkehrsregeln und auf Ampel und auf friedlichen anderen Kack. Ja, also bitte nicht wundern jetzt. Der wird zwar gut. Ja, guck mal, ich fahr 100% wie ich fahren soll. Ich achte auf rote Ampeln, ich fahr vollkommen auf meiner Seite. Ähm, ja, da war grad auch grün, deswegen sag ich ja. Und ich fahr auch immer an meiner Seite. Achte auch auf andere Verkehrsteilnehmer. Also, was wollt ihr mehr? Hab ich natürlich gemacht, bestanden mit 100% mit Terön praktische Prüfung. Also, eine Fahrkarte bitte. Würde ich sagen, läuft schon. So, nochmal. Ich fahr auch immer die angemessene Temperatur. Wahrscheinlich Temperatur. Angemessene Geschwindigkeit. Danke. Wirst du hier angemessene Wassertemperatur im Kühler oder was? Klar. Danke. Hey Tiger, ich komme dir immer näher. Okay. Das ist bloß, dass ich, das bloß, dass ich immer alles autothenäres mache. Also, immer so fahrig fahren soll. Ich bin Stau-Tiegel, du machst Stau, pisst dich mal. Ja, entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Waren zu viele Fahrgäste, wozu gestiegen sind. Das war jetzt auch gerade alles erlaubt, wie ich gefahren bin. Also, ja. wie hoch ist es gerade gestiegen nicht einmal in viele leute eingestiegen sind bei dir auch ja alle wird schon wieder die türe kommen alle der zu halt so ein muskulöser voll forschen denkt der breit oder was jetzt stellt sich auch noch auf ganz schmerzliche hier soll erst erste bus haltestelle fahren steigen sie zu ohne ende zweite bus haltestelle steht ein einziger vorgast ja auch gern warte mal was haben wir zusammen als würde preis wissen preis es heißt 43.000 wir müssen es aber auch mal dann wenn wir schon mehr rufen haben auch gucken dass wir ein bisschen große zuteil dass wir mit cash kriegen ja so lassen das war ja das was ich gemeint habe mit ich schau mal wie es mit der einteilung ja vielleicht nicht neuen bus schicke mercedes wäre schon geil ich diesen blöden er mein hier hier gibt nicht mal gas ich will kommt schieb ab schieb doch ab hallo ist nekel ist ich so was steht jetzt schon wieder hier schnicks wollen alle runde von der insel jetzt stehen aber wie blöd es ist so viel einfacher mit dem bus sei kaum gerne als auf einem roller im straßen der überleben was der liebt und trinkt jeweils bisher sind supermarkt oder was nur das Geräusche schon wahrscheinlich ein Furz gewesen wo die quer steckt neue wunderschöne mission aber noch schöner wäre es wenn es auch anzeigen würde was jetzt eigentlich die aktuelle aufgabe der kauf einen neuen gelenkbus verbessert die stufe von kühnnot ok neue gelenk muss den gelenk muss wenn ich aus so dass ich wahrscheinlich meine habe ich damit jetzt gerade ausgeschlossen weil ich ja nicht so hart arbeiten also ich krieg viel zu wenig geltend jetzt kann ich ja schon anspruch auf einen neuen bus nehmen also von dem her ja dann überlegt aber wie du dann dein aktuellen bus nennen willst wo du bis jetzt hast weil der heißt ja aktuell batik den sollte stand und bin dann auf deinem neuen also dein neuen bus sollte ich so bin bin dann dass ich dir nicht irgendwo versehen die auf eine gute setz mal ja eine fahrt ja aber ich weiß doch kann sowieso also leben ja hey das grün und die wichser am stehen zu bleiben fahrt ihr umhaufen jetzt ich glaube sagt junge was ist hier los warum sind hier so viele leute hey bei grün dürfen wir fahren und ihr wichser soll stehen bleiben nächste wo ich so läuft ich fahre nicht umhaufen ich mir scheißegal bei mir sprühe nicht bei dir und seine auge putz sein augen macht eine brille auf ja genau toll die straße zu die straße zu die straße zu ich wollte eigentlich einmal diese schuld was ich da vorne ich verarschen Fahr doch! Lager ein. Roll. Alter. Äh... Ja, oh Gott. Tja, sonst klappt alles, oder? Nee. Ich muss immer weniger Überstunden machen. Ich weiß es. Ich sagte, ich will die Mission... Äh, die Mission. Die Route eigentlich einmal zu Ende fahren. Aber... An dieser Stelle war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wer neu ist, Abo dalassen. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Schaut beim Bartix vorbei. Gebt auch ihm ein bisschen Liebe. Und gebt einen Daumen nach oben. Und abonniert beim Bartix den Kanal. Würden uns über die Unterstützung mega freuen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. An dieser Stelle. Servus!